Manfred Pernis Manfred Pernis Eine Kultfigur aus Berlin, der sich hier mit Zürich West beschäftigt hat, aus architektonischer Sicht. Er hat ein architektonisches Element aus den 70er Jahren, ein Blumentrog, der über vielen Eingängen der 70er Jahre Mehrfamilienhäuser gebaut wurde. Er hat ihn sozusagen aufgenommen und hat daraus umgewandelt in sehr unterschiedliche Dinge, in Sitzmöbel, in Gartenbänke, in Barelemente, sodass man dieses bekannte Stück aus Zürich West, von der Bändlichstraße, um genauer zu sein, dann in anderen Kontexten und in anderen Funktionen erleben kann.